Sie sind hier, 24. August 2018, 19.33 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Holger Badstuber verteidigt die Bundesliga gegen Kritik, Urheberrecht gett die Images, Holger Badstuber verteidigt die Bundesliga, Kritik bezüglich der Qualität des Fußballs lehnt der Stuttgart-Verteidiger ab. Die Fans wollen demnach etwas anderes. Der früheren Nationalspieler Holger Badstuber vom VfB Stuttgart hat die Bundesliga gegen die anhaltende Kritik an der Qualität des Fußballs verteidigt, Bayern München, Borussia Dortmund, vielleicht noch Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim lassen öfter mal den Ball zirkulieren, während die meisten Mannschaften auf schnelle Gegenangriffe setzen. Aber ist das per se weniger attraktiv? Nein, die Leute wollen kein Spektakel, die wollen ihre Mannschaft gewinnen sehen, sagte der Abwehrspieler der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Samstags Ausgabe Wenn wir das denken, schlagen wir den falschen Weg ein, sagte Badstuber von Sportinformationsdienst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020